Moin Moin, es ist Sonntag, es ist 14 Uhr, hier ist Keroska Gaming und hier ist der Greg und hier ist auch der Movie Park Germany in Planet Coaster und es geht weiter. Was genau weiter geht, das schauen wir uns hier mal an, indem wir über die Brücke gehen und hier sehen wir es schon in voller Pracht. Der Warsteiner Saloon ist fertig. Jawohl, wir gucken uns mal ganz schnell von außen an. Dann habe ich für euch ein Timelapse vorbereitet, das seht ihr direkt nach dem Intro und nach dem Timelapse gibt es noch ein paar schöne Tag- und Nachtimpressionen um und im Warsteiner Saloon. Ich wünsche euch viel Vergnügen. So, da sind wir wieder und hier seht ihr jetzt das Timelapse-Video zum Warsteiner Saloon und dazu möchte ich euch dann einfach ein bisschen was erzählen. Die ganze Schose dauert hier knapp 17 Minuten, das Timelapse. Also mit 16-facher Geschwindigkeit ist es bearbeitet worden, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel Rohmaterial-Minuten hier schon zur Verfügung standen. Also ein unglaublicher Speicherplatz. Ja und was man hier schon schön sieht, vorgefertigte Gegenstände kann man hier überhaupt nicht nehmen, weil ich habe wieder den Maßstab angesetzt. So, und ja, da ist dann halt die Problematik, wenn man hier wirklich quasi auf den Zentimeter genau arbeiten möchte, das geht meistens mit den vorgefertigten Sachen nicht. Da muss man kleinere Bauteile nehmen, das ist unheimlich aufwendig und auch zeitintensiv. Natürlich, wenn man hier jetzt die vorgefertigten Türen nimmt, Fenster nimmt, dann geht das um einiges schneller, als hier irgendwie kleinere Bretter dann für die Verkleidung zu nehmen. Hier seht ihr jetzt, wie das Vordach des Ganzen entsteht. Glasscheiben werden eingesetzt. Auch der Weg nach drinnen, wunderbar, hier mit diesen Barrieren, dann laufen sie nämlich nicht durch die Wand, weil der Weg ist breiter, als die Tür es dann eigentlich zulässt. Dann hier unten auch mit Holz verkleidet, wie sich das im Westernbereich außen dann gehört. Hier erstmal ein bisschen Beleuchtung. Und das Ganze wird dann unter das Vordach gemacht. Soll ja nachts auch alles ein bisschen schön leuchten. So, auch der Balkon jetzt quasi bekommt seinen Holzboden und seine Absperrung, dass hier keiner runterfällt. Wobei das ja kein öffentlicher Bereich ist, sondern wirklich auch nur irgendwo dafür dient, um hier irgendwas mal für die Bediensteten quasi drauf zu kommen. Um vielleicht mal irgendwelche Deko zur Halloween oder sonst was drauf zu machen. Ja, hier habe ich versucht, verschiedene Schriftarten. Das W und das S ist eigentlich größer, aber das passte alles nicht so. Und dann habe ich es doch in der gleichen Schriftart gelassen. Ein bisschen rumprobiert. Ja, und dann ist es auch schon der Warsteiner Saloon. So, das Ganze natürlich auch außen nochmal. Ist jetzt ein bisschen müßig, hier über jede Sache zu reden. Aber ihr denkt, ich denke, ihr seht, was ich meine. Eine Figur mal daneben gestellt, dass man die Proportion so ein bisschen einhalten kann. Weil alles, was die Höhe betrifft, ja, das muss man sich dann mehr oder minder doch aus den Fingern saugen. Ja, im Warsteiner Saloon, ich weiß gar nicht, ob aktuell da was drin stattfindet. Ich meine nicht, man kann es buchen für irgendwelche Firmen-Events oder sonst was. Bei uns hier in diesem Falle findet was statt. Nämlich hier steht eine Band auf der Bühne. Ihr könnt euch ja mal einfallen lassen, wie man dieses Ganze nennen könnte. Vielleicht eine Show oder was man daraus macht. Was es ist, seht ihr ja auch gleich. Daran soll es nicht hapern. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wenn euch was einfällt, wie man diese Show nennen kann. Western-Show wäre jetzt vielleicht ein bisschen einfach. Könnte man sich vielleicht was Besseres noch einfallen lassen. So, hier schon mal so ein bisschen Deckenverkleidung, dass man schon mal sieht, wohin so die Reise geht. Hier Verteflung, fand ich auch ganz schön. Von innen nochmal die Wand dann mit Weiß vor diese Holzoptik gesetzt, die von außen herrscht. Natürlich auch Beleuchtung rein. Wie gesagt, soll ja abends schön leuchten. So, dann oben kommt jetzt schon das Dach hinauf. Ich glaube, da fehlt ein bisschen was. Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertan habe. Aber manche Sachen, die dann auch langwierig waren, wo ich selber ausprobiert habe, die habe ich dann auch mal kurze Zeit nicht aufgezeichnet. Und dann erst nach dem Bauen wieder gemerkt, oh, ich habe gar nicht die Aufnahmetaste gedrückt. So, hier die Verkleidung oben in schwarz. Auch da kommt nochmal eigentlich das Warsteiner-Logo drauf. Das habe ich jetzt aber gelassen. Der Schriftzug ist drauf, präsentiert ist auch drauf. Und wie gesagt, dann könnt ihr euch Gedanken machen, wie wir die Show nennen, die hier drin stattfindet. Auch wenn zur Zeit wohl keine dauerhafte Show im Saloon stattfinden wird. Und so, also man sieht schon sehr viele Einzelteile. Ich glaube, das ganze Ding hat nachher um die 7000 einzelne Teile. Also das ist schon eine ganze Menge. So, weiter an der Verkleidung nach außen gearbeitet. Das ist schön mit der Kopiersache. Kann man dann mal schnell eben auf die andere Seite machen. Hier wird schon mal die Dachschräge überprüft, ob das so einigermaßen passt. Das passte in dem Falle. Alles ein bisschen höher gesetzt. Und auch die Wände hier. Ja, also ihr seht, das ist eine aufwendige Geschichte. Ich habe da auch relativ lange dran gesessen dieses Mal. Vielleicht ist das doch immer noch die Sache, dass ich eine Zeit lang nicht gespielt habe. Oder es liegt einfach an diesen wahnsinnig vielen Einzelteilen. Oder es liegt daran, dass man doch versucht, so detailgetreu, wie es geht, dieses Ding nachzubauen. Und ganz oft wird dann die Aufnahme von mir gestoppt. Ich gucke mir das wieder in Wirklichkeit an. Ich habe mir hier zu Hause alles Mögliche ausgedruckt. Einen Grundriss vom Saloon, den findet ihr auf der Movieparkseite. Das war schon mal eine Hilfe. Ja, und dann geht es eigentlich immer in kleinen Schritten weiter. Macht dann auch Spaß bei jedem Fortschritt, den man sieht. Auch das muss ich ganz klar sagen. Gebaut an dem ganzen Ding habe ich an drei Abenden. Jeweils, ja, ich würde so sagen vier, fünf Stunden. Also ich denke mal, insgesamt kommt man hier schon auf 15, 16 Stunden nur für diesen Western-Saloon. Auch das vielleicht nochmal einfach ganz klar ausgedrückt, warum in der Woche zur Zeit nur ein Video kommen kann. Und andere YouTuber hier mögen das vielleicht anders machen. Ich finde es blöd, wenn man 600 Timelapse-Videos von irgendeinem Bauwerk hat. Weiß ich nicht. Irgendwann hätte ich da wahrscheinlich auch keine Lust mehr, mir die anzugucken, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen mache ich lieber eins in der Woche und dafür dann meistens eine ganze Geschichte fertig, wie jetzt hier der Saloon. Für nächste Woche habe ich dann geplant, soll es dann mit The Highfall weitergehen. Habe ich auch bei Facebook und Instagram schon angekündigt. Die nächsten Baufortschritte, die wir uns so vornehmen, die ich mir vornehme. Und ja, da ist der Highfall drauf. Ich glaube fast nicht, dass ich den komplett in einer Folge, da werde ich wahrscheinlich zwei Folgen draus machen. Ja, wenn es jetzt nur der Highfall wäre, wäre es nicht das Problem. Aber wie ihr ja wisst, ist dieses Fahrgeschäft zu, ja, ich möchte mal fast sagen 70% umgeben von Häusern, die natürlich auch, ja, detailgetreu nachgebildet werden sollen. Dass ein hoher Wiedererkennungswert auf jeden Fall da ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das alles in einem Video unterbringen kann, wenn ihr jetzt schon seht, wie lange ich hier an diesem Saloon sitze. Und hier sieht man dann auch wieder, muss man dann wieder zum Teil was abreißen, kleinere Holzsegmente nehmen, weil selbst die kleinen, größeren sind einfach schon wieder zu groß. Da wünsche ich mir in nachfolgenden Packs vielleicht doch wirklich einfach mal zu sehen, dass so ein bisschen kleine Bauteile einmal nachgeliefert werden. Da ist vieles relativ Großes dran. Alles, was mit Holz vor allen Dingen zu tun hat. Da sind Pfeiler dabei. Wenn man das mal in Relation setzt, könnte man eine vierspurige Autobahnbrücke mit abstützen. Das wäre wahrscheinlich noch nicht mal die Problematik. Hier ist es so, dass ich mit ganz vielen Bauteilen überhaupt nichts anfangen kann. Und dann muss man dann wieder überlegen, was man nimmt. Und das ist halt zeitaufwendig. So, jetzt könnt ihr ein bisschen mehr schon sehen. Kommen die nächsten Deckenbalken rein. Die Verkleidung von den Wänden wird hier gemacht. Die Vertäfelung kommt wieder. Dann gibt es gleich irgendwann einen kurzen Schnitt. Hier die Pfeiler nach unten. Einen kurzen Schnitt. Da vertefel ich dann schon ein bisschen mehr. Ich wollte euch das wirklich nicht alles antun. Dann wäre dieses Timelapse-Video wahrscheinlich irgendwo bei einer halben Stunde gewesen. Eine halbe Stunde A. Mein Gelaber ist ja schon fürchterlich wahrscheinlich für die meisten. Und eine Dreiviertelstunde sich das hier angucken. Vielleicht auch nicht so das Gelbe vom Ei. So, jetzt wird erstmal außen alles gemacht, was den Salonsaal, Theatersaal kann man jetzt ja nicht sagen, betrifft. Da sind dann ja so Bankreihen. Im Grundriss nennt sich das alles Theke. Aber es ist keine Theke, sondern da sind Sitzplätze. Auch die kommen gleich natürlich dazu. Da habe ich dann auch wieder mit den Barrieren gearbeitet. Genau, hier ist jetzt das. Das habe ich dann einmal kurz gemacht. Und dann ist es danach auch schon, glaube ich, gleich überall fertig, die Verkleidung. So, kurze Tür zur Küche oder zu den Toiletten. Was dahinter ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich denke mal, der Saloon wird ja eine Toilette haben. Genau, und hier ist das, was ich sagte. Da habe ich mir nochmal diese Absperrung gerade geholt. Ich vergesse nämlich immer, wie der Name heißt. Aber da ich sie bei dem einen Eingang, nicht Eingang, bei der einen Sache bei Van Helsing's Factory stehen habe, kann ich die immer ganz gut hier, wenn ich gerade neben anderem Bauen bin, benutzen. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Also hier kann man sitzen und kann man auch was dran essen. Und die Barrieren werden jetzt eingefügt gleich. Hat einfach den großen Vorteil, da läuft mir dann keiner durch die ganze Geschichte durch. Das sieht nämlich immer ein bisschen blöd aus, wenn die Leute durchs Beet laufen oder wenn die Leute irgendwo anders durch eine Mauer laufen. Finde ich suboptimal, bin ich ganz ehrlich. Daher habe ich mich dafür entschieden. Und ich denke, oder ich hoffe auch, ich habe es noch nie ausprobiert, ob es wirklich funktioniert. Ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Ansonsten hätte diese Absperrung ja auch relativ wenig Sinn. So, hier werden dann auch schon wieder die nächsten Reihen aufgestellt. Wo man schön sitzen kann und sich die Show wunderbar angucken kann. Wie gesagt, immer noch dran denken, dafür suchen wir noch einen Namen. So, das Ganze kopiert einmal auf die andere Seite, den Boden nochmal und dann ganz schnell das Ganze verkleidet einmal von außen. Sonst haben wir Hohlräume. Ja, in der Mitte stehen ja eigentlich runde Tische. Die gibt es nicht. Ich wollte wenigstens, dass die Leute, die in den Saloon reingehen, sich an die Tische setzen können. Da sie das bei den Bänken ja schon nicht können, habe ich mich dann entschlossen, ich tue in die Mitte wirklich Picknickbänke rein. Auch das werdet ihr gleich sehen. Hier weiter die Konstruktion der Decke. So, das ist die Band. Ja. A Cappella. Also da könnt ihr gerne zuschreiben, wie man diese Show nennen kann. Ich habe die Bühne dann auch noch ein bisschen umgeändert. Ich wollte diese Holzoptik auf der Bühne raus haben, dass man sie für alles Mögliche eigentlich verwenden könnte, so wie es auch in Wirklichkeit ist. Die hat keinen Holzboden, die hat einen ganz normalen, ja, Betonboden möchte ich jetzt auch nicht sagen. Keine Ahnung, aus was es ist. Auch Holz ist es jedenfalls nicht. Dann habe ich gedacht, das passt dann ganz gut. Eine Bühne ist ja doch ein bisschen was Moderneres. Genau, hier ist jetzt dieser Punkt, wo ich verkleide und zack, ist es komplett fertig. Hier jetzt der Backstage-Bereich der Bühne. Ja, den habe ich dann auch einzeln ansetzen müssen, weil die Höhe wieder verschieden war. Und ja, jetzt kommt der Hintergrund der Bühne. Den habe ich erst mal in ganz schwarz gehalten, wie es in den meisten Theatern ja ist. Das ist einfach eine schwarze Wand. So, auch hier nochmal schnell die Bühne ein bisschen erweitert, dass man, wenn man links und rechts von der Bühne sitzt, nicht jetzt ins Leere irgendwo guckt. Stehen dann später auch noch Scheinwerfer und Stative. Noch ein bisschen mal hin und her gerückt, wie es dann wirklich am besten passte. So, hier Vertäfelung. Auf der anderen Seite natürlich das Gleiche. Und oben auch nochmal über der Bühne. So, haben wir eine einheitliche Optik. So, da habe ich mir wieder meine Messlatten geholt, einfach mal zu gucken, dass man die Tische vernünftig anordnet. Ich habe mich wirklich für diese Tische dann entschieden. So, hinten habe ich einen Vorgang hingemacht. Davor habe ich ein Bild gemacht von so einer Western-Szenerie. Fand ich passte auch eigentlich ganz gut. Und es hat ein bisschen Flair von dem Theater. Ja, oben Traversen mit den Scheinwerfern natürlich dran. Ab und an jetzt in den Nachtmodus geschaltet, um einfach mal zu sehen, wie es wirkt. Es soll ja auch nicht zu hell sein. Es soll so ein schummriges Licht irgendwie darstellen. Ja, nochmal Scheinwerfer dran gesetzt. In der Bühne sind mehr Scheinwerfer verbaut, wie ihr jetzt eben gesehen habt im Übrigen. Nur das habe ich dann zwischendurch auch nicht aufgenommen. Weil, wie gesagt, das wollte ich euch jetzt auch nicht noch antun. So, hier sieht man wieder Kerzen auf dem Tisch. Die machen nochmal ein bisschen so indirekte Beleuchtung. Das Ganze seht ihr gleich nach dem Timelapse nochmal in schönen Aufnahmen. Das geht alles sehr schnell, das ist mir schon bewusst. So, auch hier die Deckenbalken. Natürlich alles passend. Auch nochmal hier die Stützbalken. Die Bar ist schon eingepasst. Und jetzt kommt die Verteflung der Decke dran. Also, das auch wie in Wirklichkeit. Einheitliche Optik. Auch nochmal ein paar Lampen gesetzt, dass es doch noch ein bisschen heller wird. Weil auch zwischendurch sehr, sehr dunkel. Und dann kommen wir eigentlich auch schon fast zum letzten Schritt. Und das ist, ja, ganz einfach oben das Dach drauf. Das werdet ihr gleich sehen. Hier noch die letzten Sachen an der Wand. Und dann geht es jetzt gleich nach draußen. Genau, hier wird das Dach angepasst. Und das ist jetzt auch fast das Timelapse-Video. Mit den letzten Eindrücken lasse ich euch dann jetzt hier alleine. Und bis zum nächsten Mal. Ich habe mich gefreut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben und sonst ein Abo. Und jetzt kommen die bewegten Bilder. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.